Ja, jetzt kann ich sie öffnen. Achso, der macht so. Triangel, grüner. Ich hab halt grün. Irgendwas zum hochsteppen. Bitte. Ich hätte die nicht einsammeln sollen. Das dauert auch mal 10 Sekunden, 20 Sekunden hier. Das ist ja grün. Grün ist da hinten. Grün ist... Ah, wo ist der? Was ist der? Ah, der ist es. Das wird irgendein Tauchspiel noch werden. Irgendein Tauch- oder Loren-Spiel. Bin ich... Aber irgendwie muss ich mich nicht spielen. Ah, okay. Das ist einfach was. Ich glaube, das sind wirklich so einfache Minigames. Ich ärgere mich, dass ich nicht so viel gesammelt habe. Was soll das denn? Was soll das denn sein? 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 Ah, da war er. Verdammt. Oh, das ist natürlich nervig. jetzt habe ich es geschafft 16 minuten fast die hälfte komplett rum so welche kommt jetzt bestimmt irgendeiner von oben saxophon ok den hat man schon ich muss definitiv ich muss alle öffnen sonst kann ich nicht weitermachen weil ich muss dann wieder wechseln und wenn ich jetzt sowieso da kann ich auch nicht sehen aber es ist glaube ich runtergegangen ich glaube mein handy ist aufgeladen shit 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 da bin ich aufgebasst ich glaube er war tiny ach wieder eine minute rum ok heißt das jetzt ok 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 Nur drei? Okay. Es gibt glaube ich ein sehr leichtes, sehr ermittellos, etwas schwerer angehaucht, aber doch schon machbar. Okay, das hatte ich mir fast gedacht, dass ich das nicht berühren darf, aber das ist wirklich schwer mit dieser Kamera. Steuerung. Loll, ich war doch oben drauf. Loll, ich war doch oben drauf. Keine Muhaha Musik. Oh, das ist zeitaufhaltend. So, das ist der letzte gerade und dann müssen wir noch auf den Button springen. Verdammter Mist. Komm schon, Spiel. Oh, ich will das nicht nochmal machen. Was? Oh, soll ich das von der Kante... Oh, Mann, ich war drauf. Ich hab da unten auf den Schatten geachtet. Deswegen achte ich ja immer drauf, wenn ich da auf der Kiste bin. Das sieht man ja Gott sei Dank. Ja, das war bestimmt so knapp. Ja. Oh mein Gott. Da bin ich zwei Minuten lang rumgekommen. Ah. Die Frage aktiviert sich jetzt... Wenn ich die alle gemacht habe, müsste sich das komplett deaktivieren, ne? Deaktivieren. Andere Seite oben ist es, glaube ich. Nein, viele Fans bitte machen. Dankeschön. Ich glaube, wenn ich die alle gemacht habe, ist die Maschine deaktiviert, weil das ja die... Zufuhr ist. Und ich glaube... Denk ich es da hinten. Ah, dann muss ich ihn wieder muten. Mein Heuschnupf, findest du mal da. Also wir haben es ja noch... Was haben wir jetzt? Den... 31. August, ne? Und es ist da noch ziemlich warm. Und zumindest... Ich will ja mal... Ich wollte ja mal frisch aufnehmen. Aber... Oh, Entschuldigung. Oder... Durch das ganze... Technische Problem. Kack. Das ist total garstar. Oh. Einen Moment. So, jetzt haben wir nicht. Klappt alles. Technische Probleme. Kam ich ja nicht dazu. Und jetzt sind Heuschnupf. Schnell. Gut. Das habe ich ja immer zwischendurch bei ganzen Let's Places. Kommt einmal... Plötzartig. Oder geht das auch schnell wieder weg? Blast Zwinger. Alles okay. Okay. Ich hab endlich Google. Komm her. Komm schon! Komm schon. komm her ich wisse gar nicht wie schwer das ist mit dem toller stick dinger zu treffen das ist gar nicht einfach ja wir haben nicht mehr viel zeit dachte jetzt 23 minuten ich werde auf jeden fall die folge zwei teile vielleicht sogar in drei teilen also bitte hallo wo sie denn ich hab es geschafft die die fehlen die die ddk die die ddk heute die kopp � providers Er war höher gelegen, da muss ich fliehen. Doch, ich fliehe. Egal, das schaffen wir. Weil wir holen uns die Maschine und machen dies. Kaputt, kaputt, kaputt. Doch, hängen wir okay. Ich muss gleich mal in meine Nase putzen, gleich zwischendurch.